Jo Leute, wir sind wieder zurück. Tut mir leid, aber ich weiß auch nicht, was los ist mit dem Spiel. Ist abgestürzt gerade. Hier war... Ja. Den Panzer jetzt, oder was? Ja. Den Panzer jetzt, oder was? Hey Irish, wie gefällt dir das Baby? Du weißt, dass wir so was stehen, aber das Ding ist laut. Du wendest den Punkt auf! Das ist Runner! Hier Runner 1. Schön, als du wählst du so. Ja. Mit Panzern, aber. Wohlgemerkt. Was ist der Scheiße? Wohlgemerkt. 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 Kein Stress, wir brauchen jetzt erstmal Panzerabwehr hier. Und... Ähm... Pfsshhh... C4... Ihr müsst mir den Weg frei... Ui... Wir machen das anders, Kumpels. Ich weiß nicht, ob das klappt. Wieso geht die Wand nicht kaputt? Ein Fahrzeug, hier haben wir doch unser Fahrzeug, ihr Mösenkinder. Jetzt mach ihn doch kaputt, endlich. Ach, das geht kaputt, oder was? Ja, mach halt. Wo ist das? Drecks, den kommt. Machen wir jetzt keinen Stress. Den überfahren wir. Wohin soll... Ja, ha, ha. Ach, komm. Das war's. Alles gleiche, mein Bärchen. Jetzt geht's weiter. Wo ist denn der andere Panzer, der... Ach, komm, mich bitte. Hängt unser schöner Panzer da jetzt in der Luft, oder was? Können wir uns nicht den Weg freisprengen? Ja, klar. Also, an der Physik müssen wir noch ein bisschen arbeiten, meine Freunde. Wir fahren, soweit uns der Panzer trägt. Und das dürfte hier gewesen sein. Oder? Da geht's gar nicht weiter, oder was? Ach, dann geht's da hinten weiter. Ja, dann probieren wir's mal damit. Vielleicht geht's ja hier weiter. Nach rechts, nach rechts! Warte, wir halten vor Ort! Geht mal auf dem Parkhaus! Ah, den haben wir, richtig. Ja, ja, kein Stress, bitte. So, jetzt rein ins Parkhaus, oder was willst du? Das wollte er ja tatsächlich. Okay, Rücke 4, Rücke 4. Den haben wir mal ausgeschalten. Tombstone! Was ist das? Hol den Panzer, hol den Panzer, hol den Panzer, oh. Ich hol den Panzer. Super. Kommt ihr mit rein, Jungs? Ach, Quatsch. Komm jetzt. Ja, Zucker. Erstmal den Weg machen. Oh, Zucker. Oh, wir sind tot. Fuck, Nutten, Drecksau. Drei Schüsse halten wir auf. Jetzt geht's aber los hier. Ich hoffe, wir starten vom Parkhaus wieder, weil dann wissen wir, wo wir hin müssen und nicht so weit hinten. Oh man, das wäre so langweilig. Ja, Parkhaus ist gut. Wir machen ihn doch wenigstens kaputt. Okay. Parkhaus ist gut. Und... Ja, ja, wir holen uns nur unseren Panzer wieder. Ist euch hoffentlich klar, dass wir uns den holen. Oh, da haben wir noch was erwischt. Oh. Aber Leute, was ist das denn? Ja, wo kommt denn der jetzt? Doppeltort. Der hat... Da hinter dem Einkaufszentrum. Aber jetzt triff. Das liegt nicht gut aus. Wir sind jetzt so gut wie alleine. Drei Marines und eine Feministin. Ganz toll. Der Panzer ist noch da. Ja. Feindliches Fahrzeug hinter dem Hügel. Echt? Noch einer. Irgendworaus. Direkt mal raus. Ich muss das Ding mal sehen erst. Bevor ich irgendwas mache. Immerhin habe ich es jetzt gesehen. Das ist wichtig. Ich brauche das jetzt nicht, dass er mein Ding kaputt macht. Ach komm. Wie viel hält denn der Arsch aus? Ah. Zucker. Jetzt müssen wir los, Leute. Komm. Und da ist ein Panzer. Komm bitte. Wir gehen da jetzt mal raus. Und füllen unsere Ammo auf. Ganz easy. Die werden wir brauchen. Was schießt denn die ganze Zeit? Können wir uns hier regenerieren? Alter. Jetzt reicht's. Wo geht's hin? Ich seh nix mehr. Warum soll... Wie soll ich denn da reagieren? Oh. Ich... Wir starten wieder vom Park aus. Ich geh jede Wette ein. Das ist so dreckig. Nee. Aber hier hinterm Hügel. Den ersten Panzer müssen wir noch erledigen. Fandige Fahrzeug hinter dem Hügel. Laufreiter. Wir langt vor Ort. Wo denn? Eins. Zwei. Drei. Drei. Er hält noch mehr aus. Der hält sich wohl für ganz toll. Okay. Dann bleiben wir jetzt mal hier, bis wir wieder auf 100 sind. Na ja, ich weiß, aber ich hab keinen Bock, nochmal zu sterben. Ich hoffe, ihr versteht mich, aber... Ist nur so. Ist halt so. Aber hier ist noch ein Panzerkumpel. Der Panzer geht gleich drauf. Zwei. Haben die keine Hobbys, oder was? Das ist doch viel zu schwer, einfach für mich. Die Maus und Tastatur, Leute. Hallo.